Bekommst du als Geschäftsführer von deiner GmbH nicht Geld ausbezahlt? Dann musst du dafür natürlich Einkommensteuer bezahlen. Welche Betriebsausgaben du dabei steuerlich Geld entmachen kannst und ob es überhaupt Möglichkeiten zur Steueroptimierung gibt, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ein Geschäftsführer einer GmbH, also einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Steuern sparen kann. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib bis zum Ende dran, abonniere gerne unseren YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Zu Beginn dieses Videos möchte ich ganz eindeutig betonen, dass es sich in diesem Beitrag jetzt ausschließlich um einkommensteuerpflichtige Geschäftsführer handelt, die dem GSVG, also dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz unterliegen. Das sind grundsätzlich mal alle GmbH-Geschäftsführer mit mindestens 50% Beteiligung an der GmbH. Ihr könnt allerdings auch schon mit weniger Beteiligung darunter fallen, das hängt aber jedoch vom individuellen Einzelfall ab. Seid ihr euch dann nicht sicher, ob ihr GSVG-pflichtig seid oder nicht, fragt bitte euren Steuerberater, denn diese Einteilung ist in jedem Fall zu klären, in jedem individuellen Fall zu klären und diese Einteilung ist sehr komplex und würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Daher schaut es bitte nach. Als Geschäftsführer dürft ihr euch natürlich für die geleisteten Arbeiten eine Vergütung auszahlen, der sogenannte Geschäftsführerentgelt oder Geschäftsführergehalt, je nachdem, wie man sagen möchte. Und wie immer bei der GmbH gilt auch hier das Fremdüblichkeitsgebot. Passt daher bitte auf, dass dieses Entgelt in fremdüblicher Höhe ausbezahlt wird. Um den Geschäftsführerbezug überhaupt festsetzen zu können, bedarf es grundsätzlich eines Gesellschafterbeschlusses. Ihr könnt das allerdings ganz einfach in Form eines schriftlichen Umlaufbeschlusses durchführen. Aufpassen, sofern diese Form der Abstimmung, also im schriftlichen Wege, nämlich in eurem Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist. Schaut da bitte nach, bevor ihr das macht. Weil gegebenenfalls müsst ihr nämlich dann den Gesellschaftsvertrag ändern lassen. Bevor wir uns jetzt die Kosten auf Seite der GmbH ansehen, die dein Entgelt verursachen, möchte ich dich auf das Geschäftsführertraining hinweisen. Dein Unternehmen wächst und stellt dich als Geschäftsführer bzw. als Geschäftsführerin vor immer größeren Herausforderungen. Und dadurch hast du natürlich auch Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und verlierst dabei vielleicht auch noch sogar die Freude an deiner Tätigkeit. Dann kommt das Geschäftsführertraining. Alle zwei Wochen bekommst du dann von mir die Unterstützung, die dich und dein Unternehmen weiterbringen. Ich begleite dich in diesem Training zwölf Monate lang, damit du dann wieder mehr Freude an deinem Unternehmen bekommst und dich natürlich auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst. Die Plätze für dieses Training sind begrenzt. Ganz einfach, weil ich möchte nämlich individuell auf deine unternehmerische Situation eingehen können. Daher melde dich gleich unter www.geschäftsführertraining.at an und sichere dir jetzt deinen Platz. So, welche Kosten verursacht nun dein Geschäftsführerbezug in der GmbH? Auf diese Geschäftsführerbezüge sind in der Gesellschaft leider Lohnnebenkosten fällig. Das hört sich als etwas pervers an, ist aber leider so. Nämlich der Dienstgeberbeitrag, der sogenannte DB in Höhe von 3,7% des Entgeltes. Dann der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, der sogenannte DZ, der variiert von 0,34% bis 0,42%. Das ist abhängig vom jeweiligen Bundesland. Und dann noch der dritte Punkt, die Kommunalsteuer in Höhe von 3%, also insgesamt rund 7% fallen auf dein Geschäftsführergehalt in der Gesellschaft noch an Lohnnebenkosten an. Das waren jetzt die Kosten auf der Seite der Gesellschaft. Wie schaut es jetzt bei euch als Geschäftsführer aus? Die Geschäftsführerbezüge stellen nämlich bei euch Einkünfte aus selbstständiger Arbeit dar. Das bedeutet, dass du dafür eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen musst. Als Umsatz zählt hier das erhaltene Entgelt, sowie natürlich auch Sachbezüge und so weiter. Sachbezug wäre zum Beispiel für ein Firmenfahrzeug, das du auch privat nutzen darfst. Und jetzt schauen wir uns an, welche Ausgaben du in der Steuererklärung bzw. in der Berechnung abziehen darfst, um eben Steuern und Abgaben zu sparen. Grundsätzlich wäre hier mal die Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Ausgabenrechnung möglich. Da du als Geschäftsführer jedoch kaum Betriebsausgaben tätigen wirst, bzw. kaum Betriebsausgaben abzusetzen hast, empfehle ich dir das Betriebsausgabenpauschale. Wenn du mehr zum Thema Pauschalierung wissen möchtest, kannst du dir gerne hier dieses Video ansehen. Hier habe ich schon einiges zu den Pauschalierungsarten detailliert gezeigt. Wieso solltest du als Geschäftsführer nun das Betriebsausgabenpauschale wählen? Na ja, ganz einfach. Du hast ja als Geschäftsführer eigentlich nur eine tatsächliche Betriebsausgabe, nämlich deine Sozialversicherungsbeiträge, die du an die SVS bezahlst. Diese hohen Kosten sind natürlich steuerlich abzugsfähig, egal welche Form der Gewinnermittlung gewählt wird. Daneben wird es allerdings nicht viel geben, das du abziehen kannst. Daher empfehle ich dir die Wahl des Betriebsausgabenpauschales. Wie funktioniert das? Na ganz einfach, du kannst damit zusätzlich 6% des Umsatzes, also deiner Einnahmen, als pauschale Betriebsausgaben absetzen. Und das Beste ist, ohne dass du dafür wirklich oder tatsächlich Ausgaben getätigt hast. Das Einkommensteuerrecht schenkt uns hier tatsächlich Betriebsausgaben. Das ist wirklich so. Nachdem ihr von den Einnahmen die Sozialversicherungsbeiträge und eben das 6%ige Betriebsausgabenpauschale abgezogen habt, könnt ihr noch von dieser sich danach ergebenden Summe auch noch den Gewinnfreibetrag abziehen. Aber bitte hier aufpassen, wenn ihr den Gewinn mittels Pauschalierung ermittelt, dürft ihr nur den Grundfreibetrag von 15% mit maximal gedeckelt, oder um mit 4.500 Euro abziehen. Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag ist in diesem Fall ja leider nicht möglich. Und leider könnt ihr auch in diesem Fall keinen Investitionsfreibetrag gelten machen, den es jetzt heuer neu gibt. Die sich dann danach ergebende Summe ist dann eure Einkommensteuerbemessungsgutlage, das heißt euer steuerpflichtiges Einkommen aus selbstständiger Arbeit und wird mit dem progressiven Einkommensteuersatz besteuert. Ihr könnt euer persönliches Einkommen jedoch noch optimieren, indem ihr den Geschäftsführerbezug mit der Gewinnanschüttung kombiniert. Euer strategischer Steuerberater kann euch hier natürlich die für euch optimale Kombination berechnen, damit ihr einkommensteuerlich und sozialversicherungsmäßig die Abgaben dementsprechend reduzieren könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.